Am Anfang, ich nur kurz sagen, am Anfang schneide ich nur was rein. Es ist keine Produktbeziehung, ich nur für mich tun. Ich bin Autist. Heute ist der Autisten-Warte. Heute ist der Welt-Autist-Tag, einmal am 2. April. Ja, und hier kurzer Einschnitt von Apple, was gut erklärt, wie ein Autist ist. Ja, und bis dann. Und danach kommt nochmal ich, aber danach kommt mein schöner Tag. Für vor zwei Wochen und mit heute. Bis dann. My name is Dylan, and I am Autistic. All my life I wanted so badly to connect with people. But they couldn't understand, because I had no way to communicate. I get to experience the world in a very unique way. I can see the wind, hear the flowers. I can feel incredible emotions flowing from those I love. So many, so many, so many, so many. So many people can't understand that I have a mind. All they see is a person who is not in control. But now you can hear me. The iPad helps me to see not only my words, but to hold on to my thoughts. Having a voice has changed everything in my life. No more isolation. I can finally speak with the people that love me. I can say what I think and let them know I love them too. Hi. Hi Dylan. Hello. My name is Dylan Burmash. We are the reality of our thinking life. And are capable of so much if we just open our minds. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal sowas. Aber ich muss das unbedingt heute noch hochladen. Weil heute ist der Tag. Ja, gut. Ich gucke einen Kurz-Ausschnitt von Autismus weiter. Ich will nur da hingucken, weil da ein Aufnahmeprogramm ist. Ich glaube, dahin. Mit meinem Mikrofon, das war billig. Billig? Egal. Ich skype mit niemandem noch jetzt später. Für die Mini-Graf-Privatma-Zorger. Und das für mich heute hier. Und ganz vergessen, dass heute ist der Welt-Autismus-Tag. Alles in der Bildschreibung und das Video von wem auch. Das ist aber keine Produktbeziehung, weil es so ist. Ja. Ist sehr schön erklärt, den Kurzfilm, was über einen Autist ist. Das ist ein Autist. Ich glaube, Frühkenau-Muss-Ausberger-Anlass-Ticken-Anlass-So. Und... Frühkenau-Tist... ...mich selbst merken. Wie ich ticke. Ja, haut rein. Bis dann. Kommendiert das fleißig. Soll ich wieder ein Deathmatch-Video? Ich glaube, ja. Seid ihr alle lebendig? Nein. Nein. Ich mach das alles mit Herz. Mein Kanal. Ich habe ja schon gesagt. Dieser Kanal wird... ...und nie... ...und nie... ...mit dem Kanal möchte ich kein Geld verdienen. Kurz und ja. Ich habe fertig gesagt. Ja. Ihr könnt... ...wie eigentlich ihr könnt. Ihr könnt mich folgen auf Twitter. Ich habe diese... ...mies... ...tom... ...tom. Wie spricht man das aus überhaupt? ...mi... ...tom... 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 ...nein... ...mi... ...tom. ...das neue... ...nintendo-App. Ja. Ich ein... ...freundsch... ...hab... ...ich mal so austesten, was so die Möglichkeit habe. ...ist was anders als Facebook, Twitter und so. Vielleicht wird was... ...sönes... ...daddurch... ...erstehen. Ja. Bis dann. Haut rein. Schau bitte das Video. Schau. Und nächsten Tagen... ...kommt vielleicht noch ein... ...Dash-Mash-Video. ...das er liebt. Vielleicht. Ja. Haut rein und... ...schau. ... ...